Hättet ihr vielleicht kurz Blaulich anmachen? Meine Damen und Herren, wir sind in der Kahnstraße und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Also, heute drehen wir ein Video. Tschüss Habibi. Wir drehen ein Video für Manuelsen. Das ist für meine Vlogs, ne? Ist das für deine Vlogs? Ja, Mann. Gufi ist Präsident von Berlin. Präsidentin. Präsident, also gerne. Egal, Bruder, alles gleich, alles gleich. Habibi. Und Muntu. Bruder, bist du bereit? Wir spenden Straßen für dich. Du weißt doch. Das ist ein Gufi Vlog, ne? Jo, was geht, Leute? Muntu, Muntu. Muntu aus L.A. Das ist Bero. Das ist der Alan. Alan muss natürlich Ansagen verteilen. Der Jan, der filmt das Ganze. Ich bin bei all den Vlogs als Hund, ne? Ja, aber heute bist du kein Hund. Okay? So Leute, ich zeig euch mal, was wir hier gemacht haben. Jay-Z ist für mich eins. Jay-Z ist all time auf eins. Für mich? Für mich Jay-Z ist ganz oben. Hä? Jay-Z ist er. Aber für mich, nicht nur Rap. Der Typ ist auch der absolutste Motherfucker. Platz zwei. Rap. Also wenn die nicht auf eins, dann noch zwei Biggie. Nicht meine Zeit. Nicht meine Zeit. Ich bin geboren, da ist er gestoppt. Alan, einfach. Es geht wieder los. Wir stellen Klaviere auf die Straße. Richtig. So. Der Bruder will vorbeifahren. Der kriegt's nicht hin. Doch, er kriegt's hin. Der kriegt's hin. Der kriegt's hin. Der kriegt's hin. Es geht los, es geht los. Jan, bist du bereit? Ich bin bereit. Alan, bist du bereit, wenn die Polizei kommt? Ich bin mega bereit, wenn die Polizei kommt. Geil. Geil. Hallo. Ob das gut für deinen Laden und deinen Hof ist? Guck mal, mein Problem ist... Mein Problem ist... Ich erklär euch kurz mein Problem, Freunde. Mein Problem ist... Mein Laden ist genau da. Genau das ist mein Laden. Ja, ich weiß nicht, ob das alles so intelligent ist, was wir hier machen. Aber ist in Ordnung. Naja. Du kannst sowieso gut machen. Naja, ist in Ordnung. Mach's Video? Mach's Video oder was? Genau. Cooler Typ. Wer ist der Ripper? Ich kenn's doch von ihr gehört. Oh, guten Tag, die Dame. Oh, ist das nütz. Verstehen Sie? Weil ich auch eine Dame will. Natürlich muss ich... Oh, das ist nütz. Alle wollen Klavier spielen heute. Können Sie spielen? Ich hab schon lange nicht mehr gespielt. Aber das hört's gut an. Soll ich mal Aschen? Achso. Das ist von Bach. Du machst ein Video. Hier, das ist doch absolut geil. Wir sollten einen Song texten. This is where I come from. If anyone would follow it, I would never come back home. This is where I come from. Geil. Einfach mitbekommen, Bro. So. Das ist doch mal. Das ist doch mal ein bisschen. 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 Wie macht man denn ein Video? Ah, soll ich Ihnen zeigen, wie man ein Video macht? Dann musst du den einfach gedrückt halten. Ah, okay. So. Wie heißt der nochmal? Wie heißt der? Wie wird denn er geschrieben? Monto. This is where I come from. Superschön. Wir sind hier. Wir sind hier. Testen. Okay, Mama warum behandelt sie nicht gleich? Ich wusste, dass ein nettes Löcheln nicht reißt. Tschüss Leute, was habt ihr hier gemacht? So viele Menschen auf der Straße. Guck mal, so viele Menschen gucke hier zu. Ich gucke mal. Und Alan macht die Ansage in Hamidi. Ist du ein Fan? Ja. Ja? Mhm. Jetzt mal hier bitte ein bisschen Platz haben. Das Löcheln, den ich reißt. Sie vergisst das in dein Herz, warum das Ganze mit der Zeit meint es. Bis jetzt ist die Polizei noch nicht gekommen. Weißt du die Zwischenlage? Die Polizei ist nicht da, aber es sind tausend Millionen Menschen hier. Wenn die Polizei kommt, dann muss Alan das klären, weißt du was ich meine? Ich mach das schon. Ich mach das schon. Ich mach das schon. Ich mach das schon. Jan hat gesagt, er soll das halten. Jan, du bist ein Hund. Du musst es selber tragen. Oder? Er muss filmen und... Jan ist mir gerecht, er kann alles machen. Es stimmt. Okay, Freunde, Freunde, wir haben das. Jetzt nimm das alles raus. Das ist der Sound der Bulli ist. Das ist der Sound der Bulli ist. Warte, warte, warte. Manuel, Manuel, Manuel. Lauf einfach mit deiner Brille ins Bild rein. Und damit er einmal nur so einen Mood schaut, wie er ins Bild reinlässt. Alle weg hier. Manuel, nochmal von hier reinlaufen. Alan ist der Einzige, der das schafft. Könnt ihr vielleicht kurz Blaulicht anmachen? Ganz gut. Okay, Manuel, lauf von hier einfach rein. Was? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Neu ist die ganze Straße. Ansonsten musst du mal uns verantworten. Okay, ähm... Soll ich halten? Ehh... Ich bin so ein Bastard! Aber ich werde geschlossen! Du bist auf der Kabelstehs. Oh, wenn ich stoppen bin. Ich werde mich behalten! Nein, ich nicht! Oi! Jump! Oh, Hund, was! Scheiße! Ich weiß auch nicht. Ich werde schon wieder mal verlegen. Ich bin wieder der Schmühlschwag. Ich bin richtig großartig. Das ist großartig. Komm mal her! Er ist der beste Junge! Er ist der beste Junge! Sag's mir, er wird später alle Frauen dir herzurechen. Guck mal hier sein, Locken, alles. Sag mal, dein Rücken? Mein Rücken geht, meine Oberschicke ziehen. Von hier bis hier. Ist dein Arsch auch so nass wie meiner? Mein Rücken, mein Arsch, alles. Ich danke dir. Wir sehen uns. Pass auf, tschau. Leute, das Video ist online von Maraisen und Monto. Und hier könnt ihr mich abonnieren. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst auf jeden Fall auch ein Like unten. Ich weiß nicht, ob es hier oder hier. Irgendwo. Like das Video, abonniert den Kanal und guckt euch das Video an. Bis zum nächsten Mal.